Moin Moin Leute, ja, also das ist jetzt diesmal kein Let's Play, wie ihr seht, ähm, und ja, in diesem Video möchte ich eigentlich eine Ansage machen zu The Legend of Zelda Ocarina of Time, weil es geht mir, also eher gesagt, ich würde es ja gern fortsetzen, nur, ähm, ja, das Problem ist, oder ich weiß nicht, wenn ihr meine Videos guckt, kann ja sein, muss nicht sein, wie ihr das wollt halt, ähm, wie ihr, oder wenn ihr so geguckt habt, äh, was red ich euch hier rum, also wer die Videos geguckt hat oder guckt, der weiß ja, wie das bei mir abläuft, und, ähm, ja, Ja, sorry, dass ich manchmal so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie das heißt, ähm, weil ich bin ein bisschen erkältet, und, ja, also, ich breche Zelda dann wahrscheinlich ab, da es mir einfach darum geht, ich sag mal so, wenn ihr die Videos geguckt habt, dann seht ihr ja, wie es, ja, abgelaufen ist, also, wenn man, um, für ein Teil, so ein Ding 10 Minuten braucht, ähm, sollte man das lieber lassen, und deswegen hab ich mir dann jetzt einfach überlegt, ich lass das einfach, ähm, und, so leid es mir auch tut, ich werde es dann wahrscheinlich abbrechen, und, eventuell, also, wenn es denn, irgendwie, noch mal dazu kommen sollte, dass ich Zelda weitermacht, dann werdet ihr das ja sehen an den Uploads, aber, äh, aber sonst, ja. Jo, mehr hab ich eigentlich nicht zu sagen, dann vielen Dank fürs Zugucken, und viel Spaß noch bei den anderen Let's Plays, die ich dann noch machen werde. Ciao.